Hallo liebe Freunde vom ISF Kambodscha, wir wünschen euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Wenn wir auf dieses Jahr zurückschauen, dann haben wir sehr viele Herausforderungen erlebt, wir haben sehr viele Hochs, aber auch Tiefs erlebt und dennoch sind wir jetzt Ende Jahr an einem Punkt, wo wir einfach Gott die Ehre geben möchten für alles, was passiert ist. Weil aus Niederlagen können wir lernen und auch aus Siegen können wir Gott feiern. Und das ist das, was wir wollen, zusammen mit dir in dieser Weihnachtszeit. Wir möchten uns aber auch ganz herzlich bedanken für deine Treue, für deine Unterstützung, für dein Beten und Ringen und wir haben das Gefühl auch hier in Kambodscha ganz, ganz stark. Auch in dieser Weihnachtszeit haben wir sehr viele Leute eingeladen mit uns zu feiern und da waren tatsächlich Tausende von Kindern, Teenager, Erwachsene und viele von ihnen haben noch nie die Geschichte von Weihnachten gehört und wir sind echt dankbar, dass wir die sind, die hier in Kambodscha diese Geschichte erzählen. Wir sind dieses Jahr zehn Jahre in Kambodscha und es ist für uns immer noch ein Riesenprivileg, einfach hier vor Ort zu sein und helfen können, wo es Hilfe nötig ist. Und da gehörst natürlich auch du dazu, du bist ein grosser und wichtiger Teil von unserer Arbeit hier. Du bist ein Spender, ein Beter, du bist für uns, mit uns. Und darum wünschen wir dir schöne Weihnachten und sagen ganz, ganz von Herzen Dankeschön. Und wir wünschen dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Liebe Grüße aus Kambodscha. Kambodscha Kambodscha Kambodscha